Willkommen zurück liebe nette Leute von YouTube und wir stellen uns ihn und ich weiß es ist dumm es ist einfach nur dumm ich weiß noch dass ich damals so oft der Kinderriese so oft drauf gegangen bin und ich denke es wird nicht anders sein und schon geht's los ich habe eh kaum Energie so das ist an sicher ganz einfach und down es war nicht anders zu erwarten werden wir gerne wieder haben nein das habe ich natürlich verpasst und dann kommt er ja wenn ich fragte ja lass dich doch einfach weg gehen es zieht ja keine Energie wenn ich vielleicht seht hier sind überall Dornen und sobald ich dich einmal berühre dann ist Feierabend für die kleine Mietze Katze Spacko komm hier sagt 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 Nein Nein ich will weg Schau mal hier fällt alles runter hier fällt alles runter ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob man das so machen muss ich mach es einfach schönes Auge mit der Kettenweg heiliges Gefühl muss das sein ich meine man sieht auch so alles man muss ja eigentlich da nicht reingucken aber naja ist halt der Kinderriese ne Boah Mist ey ich hab schon wieder vergessen ich hab das Gedächtnis einer Mücke warst du schon? ich hab das Gedächtnis einer Mücke warst du schon? uah ich hätte die Schnauze halten sollen ich hätte einfach meine Summefresse halten sollen oh Mist ich will von der Platte erschlagen ja Spitfire warum kannst du nicht einfach die Fratze halten oh das Auge ist schon total angeschwollen hahaha oh Gott die Lache war richtig schwul gerade oah 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 ich glaube schon dass ich das richtig mache ein verdammtes energie die platte so was kommt jetzt was soll ich habe schon wieder vergessen auch stimmt eine psychokatze mit einer kettensäge jetzt habe ich schon wieder okay ich glaube das war es aber ich habe mich schon damals so draufgegangen doch eigentlich schon jetzt will die geile slow motion Ey. Jo, fettes Bling Bling. Ich kann's mir so sparen, in den Zwischensequenzen still zu sein, weil eh nur... Oder so gebabbelt. Gebabbelt wird. Ja. Oh, dreimal draufgegangen. A plus. Goil. Ja, dann würde ich sagen, höre ich jetzt auch mal aufzuzocken, dann bearbeite ich das noch. Das dauert ja eh wieder Stunden. Nur für euch mache ich mir so eine Arbeit. Nur damit ihr euren Spaß habt. Oh, ich kann mir fast das Statue-Upgrade leisten. Ich habe ja gesagt, in dem Let's Play kriege ich das definitiv noch hin. Aber... Ich habe ja gesagt, wir gucken auf jeden Fall noch, was ich für eine komische Trophäe auf einmal gekriegt hatte, als ich die Fee geschnetzelt habe. Bestimmt töte 20 Fee. Ach ja. Boah, schon nach halb drei ey. Oh Gott. So, Trophäensammlung. Hä? Hä? Vollständige die Sammlung von Muffy dem Tier. Präparator, in dem du alle Feinde besiegst. Bin ich irgendwie blöd? Ich habe doch die Fee gekillt. Und habe dann die Trophäe gekriegt. Ich habe das Spiel schon mal, wie gesagt, schon mal durchgezockt. Wie kann das dann sein, dass... Hä? Jo, ich meine cool. Guck hier, Goldtrophäe, sammle alle Waffen ey! Oh nein, das dürft ihr als hier gar nicht sehen, sonst spoiler hr was! Ja... Ne? irgendwie kommen meine Trophäen so wenig vor hier Borderlands blüht alle außer all die hier aber das ist ja von dem Update da bin ich ganz stolz drauf das ist hier alle ab das ist mal der einzige Platin die ich hab ja dann würde ich sagen sehen wir uns dann in den nächsten beziehungsweise hören uns warum sag ich immer sehen hören wir uns in den nächsten Parts und bis dahin abonniert mich wenn ihr mich gut findet schreibt hinterlasst Kommentare und so weiter und so fort ich kann mich mal wiederholen also bis dann tschüss